Moinsinn, Magazin-Magerin. Schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Lass mal ein bisschen über Accessoires reden. Also ein bisschen Bling-Bling. Aber für Simracing. Lass uns nach dem Intro anfangen. Nun, ich habe ein schönes Paket gekriegt von Mosa. Und da waren zwei schöne Sachen drin. Und die würde ich gerne mit euch mal gemeinsam mir ansehen. Quatschen mal ein bisschen darüber. Fassen die mal an. Stellen die mal ein. Und gucken mal, was die so können. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar hat mich heute Folgendes erreicht. Ein HGP-Shifter. Jetzt fragt sich der ein oder andere, hä, was soll das denn? Du hast doch letztens gerade schon Shifter gehabt. War ein sequenzieller. Das ist Haar. Wie im Auto. Richtig schön mit rumrühren. Und dann kam noch was anderes. Eine Handbremse. Und jetzt auch so, hä? Du hast doch letztens schon eine Handbremse gehabt. Wieso denn jetzt noch eine? Einfach nur, um zu gucken, was die so können. Mosa hat mir die Sachen zugeschickt. Möchte ich gleich mal dazu sagen. Habe ich keinen Pfennig für bezahlt. Ich darf aber trotzdem offen und ehrlich sagen, was ich davon halte. Und das werden wir jetzt auch tun. Und wir werden mal beginnen mit dem Shifter. Der Shifter. Oder wie ich ihn auch gerne nenne, der Rührstab, auf dem man schön rumrühren kann. Was macht das Ding jetzt so besonders? Ich hatte auch schon andere vergleichbare Modelle von Thrustmaster beispielsweise. Und das Ding hier ist wirklich ein Könner. Also für mich persönlich ein absoluter Banger. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, aber was kann man denn beim H-Shifter jetzt so unbedingt schlechter machen? Oder was macht das jetzt so besonders? Für mich persönlich, was ich ziemlich geil finde, ist, der lockt sich ein. Also wenn ich jetzt hier, seht ihr ja, wenn ich hier gegen drücke, passiert hier gar nichts. Also ich muss schon ein bisschen Kraft aufwenden, um zu schalten. Bei vergleichbaren Modellen war das nicht der Fall. Ich muss dazu sagen, ich hatte bis jetzt nur den normalen von Thrustmaster zum Testen und der hatte diese Lockfunktion nicht. Und das ist für mich persönlich was sehr, sehr schönes, weil man nicht einfach so die Gänge rumrühren kann und sie einfach lösen kann. Was ich auch sehr schön finde, auch wie im Auto, du drückst den runter und kommst dann erst in den Rückwärtsgang. Oder in den siebten. Also du musst runterdrücken, um in den siebten zu kommen, ansonsten hast du nicht genug Spiel, um den in den siebten zu kriegen. Der geht dann immer in den fünften. Beim Rückwärtsgang genau dasselbe. Er geht dann immer in den ersten rein. Lass uns mal ein bisschen genauer drauf gucken. Was wir hier jetzt also sehen, sind ganz viele Verpackungen, über die wir gleich mal reden. Und hier das schöne Gerät. Zu dir hingerichtet, ein schönes Zeichen, Mosa Racing. Hier unten ist die Befestigungsplatte. Kann man ja sich hier mal genauer ansehen. Hier unten sind schon vorgebohrte, sage ich mal, mit Gewinde vorgefertigten Löcher fürs Mounten. Also hier kann man so einige Positionen nutzen, wenn man nicht unbedingt eine Platte hat. Und wir haben auch noch die normalen Befestigungslöcher oben und unten. Die ich persönlich sehr schön finde, weil das hier nämlich genau aufs Aluprofil passt. Also hier könnte man das in die Schiene setzen. Und hier passen auch M8-Schrauben durch. Aber dazu kommen wir später noch mal, wenn wir zu der Verpackung kommen. Ansonsten ist das komplett geschlossen. Das Gehäuse ist Aluminium. Kein Stahl. Hier oben zugeschraubt. Man kann jetzt, wenn man reinguckt, nicht wirklich viel sehen. Also es ist auch wie im Auto, schön noch Leder, dass da nicht so der Dreck reinkommt. Der Knauf ist, wie sagt man so schön, wechselbar. Ja, also das heißt, du kannst hier den Knauf komplett runterdrehen und dir auch noch einen anderen ranmachen oder auch den Schaft verlängern. Und dann haben wir hinten noch die Anschlüsse für USB und Transit. Transit ist jetzt, wenn du beispielsweise den Mosa-eigenen Hub verwendest, da kannst du dieses Gerät dann auch anschließen, sowohl das als auch die Handbremse. Ansonsten ist hier nämlich nicht wirklich viel dran. Also es ist wenig, aber auch gleichzeitig viel. Das heißt nun also, dieser Schifter kommt so in dieser wunderschönen Form bei dir an. Du packst den so aus, den Drehknauf, den schraubst du dann selber noch ran und dann ist das Ding schon geritzt. Aber was kommt denn da jetzt noch dazu? Also, Mosa packt dir alles mit rein, was du brauchst. Du hast hier ein Kabel, das kommt in der Extratüte. Dieses Kabel ist für den Hub gedacht, an der Stelle. Also hier siehst du, sind die RJ-Connector dran. Wartet mal. Du hast hier also die RJ-Connector und du hast auch gleichzeitig ein schönes, ich weiß gar nicht, wie man diese Kabel nennt. Ich nenne das immer Expander, weil hier so kannst du halt dehnen und dann hast du auch gleichzeitig noch die Schrauben dabei. Das sind aber M6-Schrauben. Und da sind wir an einem kleinen Punkt, den ich mal anmerken möchte. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie zu den Schrauben jeweils noch die Nutsteine dazu gepackt haben. Ich habe ja jetzt schon das ein oder andere Rig mal zusammengebaut und die meisten haben M8 drin. Und hier passen auch M8-Schrauben durch fürs Mounten, aber hier sind M6-Schrauben dabei und keine Nutsteine. Also für mich persönlich, ich hätte jetzt keine M6 da. Also ich müsste ein bisschen rumverwerkeln, dass ich das zum Beispiel ein Alu-Profil direkt befestigen könnte. Natürlich haben wir jetzt noch eine Mountingplane, die ich hier zu Hause habe. Damit kann ich das dann benutzen. Finde ich, hätte man noch machen können für ein paar Cent für den Kunden, weil ich denke mal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr M6, M8, M4 und M10 Nutsteine zu Hause habt. Ich persönlich habe nur M8. Aber kriegen wir alles gedeichselt. Wir haben hier noch eine Platte und kriegen das befestigt. Und hier unten haben wir auch noch genug Möglichkeiten, das Ganze anzuschrauben. Und M8 passt hier auch durch. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch meine ganz normalen Schrauben dafür zu verwenden. Dann kommt noch das normale USB-Kabel dazu, weil ja nicht jeder im Mosa-Universum unterwegs ist und kann sich dann dort sozusagen auch mit anschließen. Und da kommt dann hier Schum, Shifter dazu, noch das USB-Kabel, also ganz normal der viereckige. Wenn wir jetzt mal kurz das so machen, dass Sie das sehen können. Der viereckige kommt hier dazu. Aber leider in Stani. Ich hätte mir gewünscht, ist auch persönliche Präferenz, ich hätte mir gewünscht, wäre das Kabel so gewesen. Ich finde das ein bisschen fetziger. Aber gut, man kann nicht alles haben, das kann man auch ordentlich verlegen. ist jetzt, wie es ist. Den Shifter probieren wir gleich mal aus. Aber lasst uns noch mal schnell die Handbremse angucken. Denn wir haben ja auch gleichzeitig noch eine Handbremse dazugekriegt. Die Handbremse total klein. Ich habe sie ausgepackt und dachte mir so, ha, das ist aber süß. Sie kommt nicht so zusammengebaut. Also du musst das obere Stück, was hier den Schaft, der ist nicht mit dran und du musst es hier noch selber befestigen und kannst die Handbremse auch wie in einem Auto, kannst du die komplett vertikal verstellen. Du kannst sie noch zu dir hinbauen. Du hast auch die Möglichkeit hier oben, das finde ich auch wieder sehr schön. Also du kannst das Ding auch oben runterdrehen und kannst es dann verwenden und musst es aber trotzdem noch mit zwei Schrauben befestigen. Ist nicht weiter wild, dadurch ist die Verpackung ein bisschen geschrumpft, weil hier müsste sie, also wenn wir jetzt mal das Paket vergleichen, sie hätten noch das ein bisschen größer machen müssen, von daher finde ich das schon sehr gut, weil dann kriegst du nicht immer so eine riesige Pakete, sondern ein kleines. Ist aber auch persönliche Präferenz wieder an der Stelle. Ich finde das schön, dass es so kompakt und fein ist. So, wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen im Detail angucken, dann kann man jetzt hier sehen, dass hier ein Deckel drauf ist mit Schrauben. Hier an der Seite sind auch noch Schrauben drin, hier scheint eine Feder drin zu sein und die Anschlüsse sind hier vorne auch dran, also das ist ja hinten, weil wir ziehen die Hand nach hier, also ist das jetzt quasi hinten weg von dir, das ist hier Moser Schriftzug auch hier wieder klein an der Seite dran und dann zieht auch nichts weiter dran. Das ist das einzige Plastik Stückchen, was jetzt die Connector hier vorne trägt, was an dem Gerät dran ist. Der Rest ist alles wieder Aluminium, also auch der Deckel hier. Wenn wir jetzt diesen Deckel aufschrauben, das möchte ich jetzt nicht machen, weil ich das heute schon das ein oder andere Mal gemacht habe, möchte ich euch darauf hinweisen, es kommt ein Schraubenzieher mit dazu, aber der ist mir heute leider zerbrochen. Das heißt, ihr solltet vielleicht ein Feinwerkzeug zu Hause haben für diese Schrauben, dass ihr die lösen könnt. Denn die müsstet ihr vielleicht lösen, weil Mosa hat nämlich im Verpackungsumfang noch andere Federn drin. Die gelbe beispielsweise, die war vorgefertigt dort drin, die ist mir persönlich aber ein bisschen zu weich gewesen und ich habe die blaue reingemacht. Die blaue ist auch relativ weich, aber ein bisschen härter. Man hat ja auch die Möglichkeit noch Gummi rein zu setzen, dann wird es noch härter und noch wilder. Wir haben hier dazu noch ein Zwischenstück, das ist aus Gummi, das ist auch hier unten drunter, damit nämlich, wenn die Feder durchzieht und der schafft, der silberne Stückchen, wenn sich das durchdrückt, dass das hier hinten nicht immer gegen Metall geht, sondern gegen Gummi. Das ist super hier in die Bedienungsanleitung guckst, wird dir das schön feinsäuberlich erklärt in vier Bildern, wie man das ausbaut und wie man das ranbaut. Leider stehen hier nicht die Federoptionen mit dabei, was ich ein bisschen schade finde, das hätten sie ein bisschen angenehmer gestalten können, weil hier steht leider auch nicht wirklich groß was drin. Das ist dann also quasi einfach mal ausprobieren. Das heißt jetzt sind wir aber wieder beim selben Problem. Das zieht sich bei Mosa wohl durch oder vielleicht hat einfach keiner daran gedacht. Es gibt einem sechs Schrauben und Muttern. Zweimal. Aber nicht M8 und auch keine Nutsteine. Nun gut, auch hier wieder an der Stelle könnte man jetzt sagen, ja, mache ich wieder wie beim Shifter, nämlich meine eigenen. Aber Mosa hat leider die Löcher, die hier unten drin sind, nur so groß gemacht, dass der M6 durchpasst. Das heißt, hier würdest du keine M8 Schraube durchkriegen. Das bedeutet, du bräuchst es jetzt wieder einen M6 Nutstein. Und ein Nutstein ist wirklich nicht teuer. Also ich würde mir wünschen, Mosa für die Zukunft, falls ihr mal bei den beiden Produkten zwei Nutsteine reinpacken würde. Einfach, dass der Kunde das auspackt und das fertig bauen kann. Aber das ist auch jammern auf hohem Niveau. Man kann sich das halt besorgen. Für mich ist das immer schöner als Kunden experience, ich packe es aus und kann es sofort benutzen. Hier zu der Kabelange kommen wieder RJ Stecker dazu. Hier, falls du im Mosa Ecosystem sein solltest, kannst du das auch an den Hub ran machen. Oder du hast auch hier wieder die Möglichkeit, Moment, hier kommt auch wieder gleichzeitig das Kabel dazu. Das ist jetzt nicht so schön gedengelt, also so flexi, aber ist mit dabei, kannst du benutzen und ist auch lang genug. Es ist wirklich sehr lang, dass du zum Computer hinkommst. Du kriegst auch wieder das ganze Werkzeug mit dazu, was du brauchst. Du hast die Imbusschlüssel dabei, du hast hier sogar noch einen Schraubendreher mit dabei, den du brauchst für die Feder, die du hier lösen kannst. Dann bist du ready to go und kannst das Ganze aufbauen. Jetzt mal für euch ein kleiner Vergleich, weil wir haben ja letztens auch gerade von Another Way eine Gerätschaft getestet. Das ist die Handbremse Man merkt schon ein kleiner Unterschied. Das hier, wenn wir das jetzt mal so davor halten, ist schon eher ein bisschen süß und das hier ist schon ein bisschen üppiger. Den H-Shifter können wir jetzt natürlich nicht mit sequenziellen Shifter vergleichen, deswegen lassen wir den jetzt mal einmal ganz kurz außen vor. Ich finde das hier echt praktisch und fühlt sich von der Wertigkeit nicht schlechter an als das hier. Das sieht man auch im Vergleich jetzt zum Moser. Eine Sache möchte ich trotzdem anmerken, so aus dem Gefühl raus, was ich bis jetzt hatte beim Auspacken. Ich finde, dass Mosers Handbremse etwas zu leicht geht. Ich würde mir wünschen, es wäre mehr Widerstand drin. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass man den Widerstand etwas leichter ändern kann. Weil dieses Schrauben, dieser kleinen Schrauben hier, um die Federn auszubauen, abzunehmen, ist nicht wirklich schlimm, ist nicht wirklich viel Arbeit. Wenn man sich das jetzt hier anguckt, beispielsweise bei Another Way, ist das einfach nur ein bisschen drehen, um die Widerstände zu ändern. Da finde ich das persönlich ein bisschen praktischer. Jetzt ist natürlich die Frage, wie oft möchtest du deine Bremse umstellen? Also die hier habe ich wirklich relativ häufig umgestellt, um einfach mal ein Gefühl zu kriegen. Und die ist auch wirklich, wie man sieht das ordentlich Widerstand hinter im Vergleich zu dem hier. Aber auch das muss man ganz klar sagen, ist persönliche Präferenz. Ich möchte euch aber trotzdem darauf hinweisen, falls ihr mal vor der Wahl steht, ob ihr das oder das Modell holt, dass ihr es mal gehört habt. Ich würde jetzt auch gar nicht weiter rumschwafeln und würde mich mit euch mal in die Software begeben und mir das dann mal mit euch angucken, wie man die Geräte einstellt. Dann schließen wir die Butze mal an und dann setzen wir uns mal rein in Rennsitz und dann werden wir natürlich mal eine Runde Rallye fahren, weil was gibt es besseres als H-Shifter, Handbremse und Rallye? Nix. Also ab zum Break. Kommen wir mal zu dem Teil, der mich am meisten zum Weißglut gebracht hat. Die Software. Das war ein Trauerspiel, denn ich wollte es runterladen bei Moza und zwar Moza Pit House heißt die Software, da sind alle Geräte drin, die könnt ihr hier sehen und alles was man angeschlossen hat, kann man hier sozusagen dann einstellen. Bei mir war es leider so, ich kann es nicht reproduzieren, ich 45 Minuten gedauert. War ein bisschen schwierig, hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es dann irgendwann runtergeladen mit 83 Kilobyte und installiert und ich habe jetzt gerade aktuell eine Beta Version, in der der Shifter erkannt wird und auch die Handbremse. Die Handbremse war vorher schon drin, aber für den Shifter ist die Software also da. Nun ist es so, dass ich installiert habe und wollte mal kurz stellen kann und ich musste immer wieder Updates machen und alle diese Updates haben mit 83 Kilobyte runtergeladen. Leider. Das war ein bisschen schwierig. Ich habe dann nämlich irgendwann nochmal neu gestartet den PC und dann musste ich die Software nochmal neu installieren, weil irgendeine DLL gefehlt hat und das Ganze hat mich jetzt einfach zwei Stunden Zeit gekostet, um dann rauszufinden, dass ich das theoretisch hätte gar nicht machen müssen. Ich das aber in die Review mit integrieren wollte, um euch die Möglichkeit zu geben, das mal zu sehen. Nun gut, bei der Installation kleiner Hinweis, auch wenn ihr beim Installieren auf Englisch stellt, kommt ein Großteil in asiatischen Schriftzeichen. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob ich mein erstgeborenes Kind verkauft habe oder ob ich einfach nur bestätigt habe, dass ich das installieren möchte. Das wäre schön, wenn Moser das in Zukunft ändern könnte, dass wenn man die Sprache auf Englisch stellt, dass alles in Englisch ist. Kommen wir mal zu der Software. haben nun also hier den Shift da drinne. Man kann sehen, wenn wir die Gänge einlegen, dass wir die sozusagen sehen können. Kleiner Hinweis, wenn ihr das Ganze kalibriert, steht hier within 10 seconds press and move the joystick back and forth from the far left to the far right. Ich habe das am Anfang so verstanden, ich soll von der linken Seite, also vom Rückwärtsgang rüber in den siebten Gang. Das funktioniert aber nicht, weil es soll auch wieder zurück. Das heißt, ihr müsst einmal vom Rückwärtsgang in den siebten und wieder zurück in den Rückwärtsgang. Nur für euch zur Info, wenn ihr das nicht macht, dann zerknallt ihr euch den ganzen Shifter. Und ich musste das wirklich ein, zweimal lesen und war scheinbar zu inkompetent zu verstehen, dass wir back and forth hin und zurück ist. An der Stelle. Hier kann man aber groß nichts einstellen. Wir hätten jetzt hier noch die Funktion, falls wir die Pedale haben, dass wir testen, weil mir ist es nicht möglich diese zu machen. Das heißt, ich hätte für mich jetzt, für meinen Fall, hätte ich die Software gar nicht installieren müssen, denn bei mir lief es ja out of the box schon. Ich wollte euch das aber hier trotzdem mal zeigen. Bei der Handbremse könnt ihr hier ganz einfach Profile einstellen, also wie man das halt kennt. Man kann hier seine Achsen verschieben nach Interesse, je nachdem. Ich habe das immer linear, also ich mache da nicht großartig hokus pokus, sondern immer gerade hoch den Apparat. Wir können hier ganz wilde Dinge bauen, je nachdem. Ich weiß ja nicht genau, wie ihr euch damit auseinandersetzt, ob es da einen großen Unterschied gibt, in welcher Form man die Handbremse benutzt. Da gibt es natürlich Leute, die kennen sich besser aus. Kommen wir noch mal zu unserer ersten Testfahrt. Ich habe das jetzt, wie ihr hier sehen könnt, alles angebaut. Der H-Shifter ist dran, die Handbremse ist dran und ich würde sagen, wir schnappen uns mal ein Auto und drehen mal eine Runde in Finnland. Meine persönliche Lieblingsstrecke Dirt Ich denke die Kupplung und auch das Getriebe werden leiden. Also, lasst uns reinspringen. Schauen wir mal. Also, es geht jetzt schon los. Ich muss die Kupplung treten. Ich muss den Gang reinmachen. Habe ich. Erster Gang ist drinnen und ich muss die Handbremse ziehen. Alrighty, Schmeidy, let's go. 5, 4, 3, 2, 1, los. 20, voll rechts über Kuppe. Okay, wir haben schon mal den zweiten Gang drin. Wir haben den dritten Gang drin. Okay, okay. Wir haben den vierten Gang drin. Alrighty. Okay. Es geht, es geht. Nein. Nein. Okay, wir leben noch. Ich glaube, wir sollten zurück in den zweiten Gang. Wir springen nicht heute. Keine Sorge. Oh, das Getriebe. Okay, wir sind wieder im vierten. Oh, das Getriebe. Neu. Okay, wir sind im vierten. Drei rechts, mach zu, über Kuppe. 100. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich muss nicht auch so mir sagen, was ist hier. Drei rechts, innen halten, über Kuppe. Macht auf. 80. Okay, wir müssen ein bisschen bremsen. Ja, okay, wir leben noch, wir leben noch. Wir bleiben mal in der vier, bloß nicht so viel schalten. Macht sich immer richtig gut, in der Shifter Review. Nicht schalten. Kuppe extra lang, in Kuppe drei links lang. Okay, aber es geht noch. Bis Sprung und vier links, macht zu drei, über Kuppe, macht auf. Mit die kalten, über Sprung, fünf links, extra lang, macht zu vier, 30. Das war der erste Getriebefehl? Vier links lang, macht auf, über großen Sprung, 100, macht auf. Oh mein Gott, es tut mir leid, Auto, ich kann nichts dafür. Ich bin automatisch Fahrer. Nichtsartig, let's go weiter. Oh, jetzt kommt gleich die Fähre, glaube ich. Oh, jetzt wird's kritisch. Oh, schön. Klackert schön ein, schön, also wirklich superschön Rippe, und voll links, macht auf, super, übersprungen, außerhand. Das finde ich total klasse. Macht einen total geilen Eindruck. Ich bin jetzt auch froh, wenn es da ist, dann bitte mich, oh Gott, hier geht es an. Okay, wir sind noch. Sechs links, Übergruppe, macht zu. Oh, der Motor war aus. Motor abgesoffen. Ey, aber wir können es zumindest mal. das Schalten üben. Ich vergesse mal, dass wir gar nicht so schnell wieder von der Kupplung runtergehen können. Da sitzen wir in die Automatikfahrer. durchsenke, sehr lang. 50. Oh Gott, nein. Mein Gehirn. Voll links, Übergruppe lang, 80. Au, wieder abgesoffen. Wie real life. Es läuft mir auch schnell jetzt Auto ab mit Haarschaltung. Nu geh an. Na los. Das sage mal. Das sage mal. Okay, wir sind wieder, wir sind wieder on Tour. Oben, 80. Sechs links lang. 150. Oh. Ja. Stopp. Oh. 9 Minuten 35. Also, mal davon abgesehen, dass ich scheinbar ein ganz kleiner Dulli bin und das nicht, äh, nicht anfahren kann, ist das wirklich geil. Also die Gänge, die snappen mal echt gut rein. Äh, man kommt gut in den Rückwärtsgang. Im siebten waren wir jetzt natürlich nicht, aber es ist echt wie im Auto. Super snappy, intuitiv. Äh, man kann die Gänge auch nicht einfach so rausnehmen. Man hat ein super schönes Feedback, wenn die Gänge reingehen. Ist echt gut. Also, overall, wirklich ein schöner, schöner Eindruck. Okay, erlebt. Hahaha. Riesenankündigung. Er ist mal abgesoffen. Okay, Auto ist abgesoffen. Das... Das... Alter, verwalten. Ich muss erst mal auf mein Leben klarkommen. Oh-oh. Aua. Oh. Also, völlige Überforderung in Füße als auch Hände. Aber ist geil. Sag mal. Wie viele Gänge hatten die Schüssel eigentlich? Fünf oder sechs? Fünften Gang ist noch da. Sechsten ist nicht mehr. Okay, also fünfe. Okay, vielleicht drehen wir einfach auch nun mal eine tägliche Runde außenrum, damit das hier nicht aussieht wie... Als wenn ich gerade Fahrschule war. Oh. Walter Röhr wäre gar nicht stolz auf mich. Das macht er ganz gut. Da hat er sich gehalten. Oh, Kupplung nicht lang genug getreten. Motor nicht absaufen. Na, sage mal. Da ist er abgesaufen. Aber von der Handbremse her, muss ich ganz ehrlich sagen, mal ganz kurz ein Feedback und ein Fazit zu geben. die Handbremse ist wirklich sehr, sehr leicht. Also man kann sie mit, mit einem Finger kann man sie ziehen. Wenn man es mag, ist das okay. Also wenn man jetzt nicht so, wie ich beispielsweise, auf etwas, ja, sag ich mal, strammeren Zug steht, ist das in Ordnung. Aber, man muss dazu sagen, man könnte das Ganze auch mit dem Gummipuffer noch lösen, dass sie dann noch härter ist. Also so im Normalen, Stadium mit der blauen Feder, die jetzt so die zweitstärkste ist, finde ich das persönlich für mich zu weich. Aber, funktioniert einwandfrei. Also es ist ein schönes Gerät, hat ein super Feeling in der Hand. Das ganze, äh, Metall ist, äh, sehr, sehr wertig. Und es macht sein, sein Übriges. Also, was möchte man großartig noch zu einer Handbremse sagen? Sie tut, was sie soll. Du ziehst den Anker und er macht den Anker. Also von daher, tippitoppi. Shifter, boah, das Ding holt mich wirklich komplett ab, weil es mich gerade, und ihr werdet wahrscheinlich auch gut gelacht haben, komplett überfordert, weil, also, im realen Leben schalten ist ja bei weitem nicht gleich Rennsport schalten, weil du musst ja hier wirklich die Gänge durchrackern wie so ein Verrückter und da rumrühren. Einige von euch werden das bestimmt können. Ich hab das nie gelernt und ich fand das gerade super, super witzig. Vor allen Dingen auch, weil der Shifter, also, ich will nicht sagen, er nimmt einem die größte Arbeit ab, weil das wär Quatsch. Aber er funktioniert so schön. Du kannst die Gänge so richtig schön durchrühren, du, äh, verpasst die Gänge nicht, du haust nicht die falschen Gänge rein, also, du musst jetzt auch nicht hingucken. Es ist super intuitiv, die Gänge snappen schön rein, du kommst super simpel in den Rückwärtsgang, wie im realen Leben auch, draufdrücken und dann, äh, ab den Lachs. Also, finde ich persönlich ganz toll, das Gerät. Muss ich sagen, kriegt von mir einen grünen Daumen. Also, falls ihr einen H-Shifter sucht, dann ist der Moser, der von Moser, super, super, super gut. Eine Sache möchte ich noch mit kurz, anmerken. Es gibt ja Konkurrenzprodukte, wo man, äh, den ganzen auch zu einem sequenziellen Shifter umbauen kann, das heißt hoch und runter quasi nur. Das geht mit dem Gerät nicht. Das könnt ihr damit, äh, nicht umsetzen. Das ist wirklich ein reiner, äh, H-Shifter, also H-Shifter, äh, und den werdet ihr überall nutzen können. Also, ich hab den jetzt, äh, gerade angeschlossen. Ich habe das auch mal, äh, versucht, ohne den Treiber oder beziehungsweise die Software laufen zu lassen. Funktioniert einwandfrei. Wird von Windows erkannt, dingel, dangel, dongel macht's, und dann kannst du das Gerät einfach, äh, anstecken, ausprobieren und nutzen. Ich nehme ganz stark an, dass das in allen Spielen, äh, dementsprechend funktioniert. Also auch beispielsweise ETS. Da könnte man wahrscheinlich mit dem Shifter auch, äh, fahren. Und weiß der Geier, was ihr da draußen alle noch fahrt. Nicht wahr? Wir sehen uns drüben am Sitz für das Schlusswort. Also, kommen wir mal zum Fazit. Schöne Geräte. Für den Preis hat mich das wirklich abgeholt. Also die Anbremse, die bekommt ihr für 129,90 Euro. Und den Shifter bekommt ihr für 159,90 Euro. Ist ein Steigergeld für Accessoires. Die erfüllen aber ihren Zweck. Also von der Handbremse beispielsweise. Vergleich, äh, also vergleichbare Produkte sind etwas teurer. Gibt's natürlich auch noch ein bisschen günstiger. Die sind aber, finde ich persönlich, nicht so schön, die noch günstigeren. Und das ist echt eine tolle Sache, die man da bekommt. Und H-Shifter muss man gucken, weil es ist natürlich eine Spielerei. Die meisten Sachen laufen sequenziell, logischerweise. Ich weiß ja nicht, wie bei euch so die Interesse ist, was das Racing angeht. Wie gesagt, die meisten Fahrzeuge schaltet man sequenziell und nicht mit H-Schaltung. Aber es ist wirklich spaßig. Also das hat mich wirklich abgeholt. Und auch von der Qualität der Produkte her war es solide und top. Das Einzige, was ich mit anmerken möchte, ist, dass der Download vom Treiber exorbitant lange gedauert hat. Das weiß ich nicht, ob das jetzt an mir liegt. Also was heißt Treiber, aber die Software von Moser. Ich konnte nur mit 90 Kilobyte runterladen auf der Internetseite und das hat einfach 45 Minuten gedauert. War jetzt nicht so der Burner in 2023. Aber gut, man kann ja auch einfach mal warten. Nicht wahr? Ansonsten würde ich mich wirklich freuen, wenn Moser demnächst, also falls sie nochmal eine neue Charge produzieren, die Bremse auch umbauen, dass man die mit M8, also dass man M8 Schrauben durchkriegt. Oder was halt noch viel einfacher wäre, die Nutsteine mit dazu packt, damit die Befestigung etwas simpler ist. Ansonsten habe ich an den Geräten wirklich gar nichts auszusetzen. Sie funktionieren tadellos, out of the box, anbauen, anschließen, auch ohne die Software, ohne das alles einzustellen. Kannst du das anschließen, zickzack, zickedi-zack rumrühren, die Gänge bei Dirt Rallye beispielsweise belegen und dann kannst du einfach mal Spaß haben mit dem Ding. Es gibt auch Accessoires, die ihr dazu holen könnt. Also ihr kriegt beispielsweise auch einen Tischmount dazu und auch eine Mounting Plate, falls ihr euch das anguckt. Also falls ihr jetzt nicht wie ich eine hier liegen habt, die ihr verwenden könnt, wird das auch so gehen. Kostet aber dann extra. Also die Tischklemme beispielsweise 40 Euro und die Mounting Plate bist du bei 20 Euro. Und dann kannst du das dafür dann anbauen und anschließen. Also overall, Mosa, Hut ab, schöne Produkte, hat mir sehr gut gefallen. Und ich möchte mich an der Stelle noch mal bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mir das anzusehen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen bei meinen Fahrskills und konntet für die Handbremse als auch für den Haarschifter etwas mitnehmen. Lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr auch Interesse habt, Haarschifter mal zu fahren oder ob ihr selber auch schon einen benutzt und wie so eure Erfahrungen sind. Ansonsten findet ihr alle Links, die ihr braucht, um zu diesen Geräten zu kommen, in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen unglaublich schönen Tag. Danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Smash doch mal ein Däumchen ab, penetriere den Abo-Button und dann sage ich auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüssi Kowski, bis im nächsten Video.